So, halli hallu ihr Lieben, wir befinden uns in World of Warcraft Dragonflight in der Version 10.0.2 und wir sind hier auf den Dracheninseln in Teil Drasso, südlich von Waldracken, Tor der Südfeste und hier sind wir bei dem Questgeber Maldra Flammenzunge und hier ist die Quest Wasserfällen auf der Spur. So, sammelt 35 Wasserfallpartikel, na dann gucken wir mal, Wasserfallpartikel, wo die, ach die, 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 die schlubbelzamtet alle, die Spritzer, der nicht, aber die, so, auf zu den Spritzen. So, jetzt haben wir schon mal neue Partikel, die geht ja recht angenehm, die Quest. So, jetzt haben wir 19, also 20, spürzendes Wasser. 31, so, dann nehmen wir den natürlich hier noch mit. Dann sollte es ja wahrscheinlich ausreichend was sein. So, 35, Aufgabe abgeschlossen. Und dann gehen wir hier wieder zurück. Zack. Maldra Flammenzunge. Maldra Flammenzunge. Die Inseln sind immer. Die Wasserfällen auf der Spur, haben die Wasserpartikel und kriegen das Gold. Äh, super, damit ist die Quest abgeschlossen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet gerne mal auf meinen Twitch-Kanal, der ist ja verlinkt im YouTube. Ansonsten lasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao.